moore freunde herzlichen willkommen zu einer neuen folge cs go part 2 mir hat jemand geschrieben bei tic hoffentlich gewinnen hier hoffentlich auch nicht aber dass ich zeige dass ich mitten aufnahme von meinen kunden kommen wir gewinnen aber da war noch nicht so früh okay der wird mir nicht angezeigt doch auch ja 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 man ja auch ich hatte gar nichts das getrache ich komme von unten oder nicht und falls ich tief runter springen sollte dass ich dass ich gut auffangen kann sag ich jetzt mal vielleicht war das auch ein fehler des zu nehmen naja ja es wird alles angezeigt okay noch besser umso besser umso mehr umso mehr kills umso besser ok das sind die spieler er kommt schon da kann ich mich geht nicht geht nicht geht nicht muss dir eine andere waffe kaufen warum bin ich da wiederholen mich das film ist das name machen türkis oder ob das man das als tschuckis nehmen kann keine ahnung ja gut sie hat nach vier minuten auch kommt und ich wollte gerade Das ist gut. und komplett hops genommen aber den erweist sein fahrrad den komplett hops genommen aber aber meist kommen die auch von hinten ich kenne mich ja aus mit dem spiel ich habe das schon zehn hundert mal 80 mal spielt 100 millionen mal und jetzt werden wir ein zwei drei vier fünf sechs sie macht manche natürlich alle angezeigt hier stehen auch alle informationen ob es genommen ja also tik tok nachricht kommt das war ich nicht so sieht es aus wenn man in der luft geht kommt schon ich habe ihn fast da kommen weil nord das macht ihr neben mir bitte ja geht besser ok ok da oben muss ich ihn da oben so ich glaube hier Okay. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Warte, wie kann ich... Ne, wenn man seine eigene Teammitglieder kann ich ja mal testen. Sorry, 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 please, please, sorry. Ich bin das Meloniastkind, nicht der nicht davon findet. Ey, ach nee, den hatten wir doch schon. Siebten Platz. Der bekommt, der ist mir bekannt, also der kommt mir bekannt vor. Sorry, dass ich keine Deutsch konnte. Also ich hatte Repair gehabt. Ich hab meine Schmerzen von soviel Göttingen. ok jetzt die einzige entscheidung ertrifft ah man ja no bitte please Die ist doch giftig, die Kartoffelshell. Your arms, tuk tuk. Oh Gott, das ist ja lustig, die finden hier rum wirklich an, aber ja. Bitte erkenne mich nicht mehr, das wäre nicht okay. Bitte erkenne mich nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird ja mal an, aber... Ja, gg, gg, double gg. Ey, oder ich schneide ein Video so hoch, immer abwechseln, wie könnte ich auch immer abwechseln? Wir klären das schon, aua, ey, was haust mich in den Mund ein? Ja, das will ich jetzt mal nicht wissen, was dann da... Bro, der kam einfach von hinten. Der hat mich von hinten geschoben. Warte, ich brauche Justin Bieber die Musik, wenn ich hier gewinne. Meisternst du, äh, du-da, du-da. Hm, Michael, ich dachte wir sind Freunde. freunde er konnte ich nicht also doch schon auch nur scherz aber bitte nicht mehr okay die junge habe ich den überhaupt getroffen ich muss mal den klein an der süße mal gucken aber rangeht jetzt kommt und das internet sagt auch aber ich habe mein handy mal auf den tisch gelebt sonst raste ich noch aus bitte geh ran dann brauchst du auch nicht mehr mit den den kleinen dumm da brauchst du auch nicht mehr mit dem dumm alex reden oder wie der immer schmalt wo heißt die lösung gesprochen habe ich die ich jetzt gemacht habe ich will nur was klären mit dir ich wünsche ich hätte es nur eine fernsehbedienung wo ich drücken kann hier bitte das machen mit dem befehl respekt oh man komm hier nicht mehr auch junge mein mein ding also mein nicht mein ding was ihr jetzt denkt ihr ich meinte mein clip manager sag ich jetzt mal da macht doch automatisch clips muss ich brauche doch gar nicht mehr mit denen reden oder mit einem von denen los was hat das mit einem was hat das mit einem na wenn ich anrufen könnte könnte ich das ja auch persönlich sagen ja dass die immer diskutieren müssen das geht ein auf die eier das war jetzt mal so nicht böse meint aber nicht die ich habe nur sieben külz und er hat 18 jetzt hier ist 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 ja ist hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist mir doch einfach da bin ich nicht erreichbar erreichbar das heißt erreicht war ich wollte auch gerade knallen aber doch mal und er hat gedacht leute das war es jetzt mit diesem video das kleine oder zu